So, auf den nächsten Mann setzen natürlich hier die Lokale, also die Fans des Lokalnotators aufheben auf Franz K., der am Vormittag im Training mit Top-Zeiten auf sich aufmerksam gemacht hat in der upraumsstärksten Allroad-Klasse. Franz K. im Nissan Sunny GTI Stich R. Franz K. im Nissan Sunny GTI Stich R. Birnerhofer, also die upraumsstärkste Allroad-Klasse heute auch Top-Besetzter, der Bad Gamser, immerfort SK. Lauer-Talisco, Wörl-Reikam, wir sind mittlerweile der upraumsstärksten Allroad-Klasse. Franz K. aus Rottenmann, die 129, er pilotiert einen Busch 106 GTI 16 Ventiler. Auch für ihn hat er jetzt einen Stockerlplatz neuer zu buchen. So, dann ist die ebenfalls aus der Steiermark Rudolf-Windbacher Honda CR-X Schautegg, die 108. Unteren Manfred Platzer, Manuel Seidel und Bernhard Lenz und am Start die 31, der Dominator der Euling-Saison von fünf Rädern an der Hälfte. An den Fahnen Hessen können. Vormittag hat er das Training dominiert. Jetzt ist er unterwegs. Rupert Schweiger, der Kogelopfer im Porsche 911, 3,5. Ein 2 Minuten, der Kogelopfer. Rupert Schweiger, der Kogelopfer. Rupert Schweiger, der Kogelopfer. Rupert Schweiger, der Kogelopfer. Rupert Schweiger, der Kogelopfer. Und geht durchs Ziel mit einer Normeszeit, 49.16. Und eines dieser Zeit bekommt immer mehr Betrachtung weiter in den Gesamtkirchen. Breastung kommt wieder an. Aus. Breastung kommt wieder an. Auf die Stasse. Full-Auto für Licht, nahe im Seidel. Natürlich alles neu und quasi dieser Zweck hier. Insegau-Berg und ganz schon leider, leider. So, Markus Binder.